Hallo Leute und willkommen hier bei mir aber geht. Heute stelle ich euch zwei tolle Gewinnspiele vor und zwar in Kooperation mit RAV Power. Ab dem 3. August könnt ihr für 13 Tage lang jeden Tag drei Produkte von RAV Power gewinnen. Das mitmachen ist ganz einfach. Klickt hier unten in die Links in meiner Videobeschreibung für das internationale Gewinnspiel und fangt an tolle Preise zu gewinnen. Und das zweite Gewinnspiel ist das MeAppleCat Gewinnspiel. Dort könnt ihr einen tollen Preis gewinnen, nämlich solch eine coole Powerbank, mit der ihr unterwegs nie mehr Stromprobleme habt. Und hier ist das Mitmachen sogar fast noch einfacher. Ihr müsst nur eine Frage beantworten und zwar wie viele Produkte von RAV Power habe ich hier in meinem Kanal schon vorgestellt. Die Antwort schickt ihr bitte an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse meapplecat.web.de und das Ganze läuft dann auch ab dem 3. August für 13 Tage und danach werde ich den glücklichen Gewinner per E-Mail benachrichtigen. Also mitmachen Leute, jeden Tag tolle Preise gewinnen durch das internationale Gewinnspiel und danach 13 Tage. Ab dem 3. August gibt es nochmal hier dieses tolle Powerpack von RAV Power gesponsert zu gewinnen. Beantwortet die Frage, wie viele RAV Power Produkte habe ich schon hier in meinem YouTube-Kanal vorgestellt. Als kleinen Tipp, ich mache mal hier unten einen Link zu einer Playlist. Dort müsst ihr ein wenig suchen oder ihr benutzt einfach mal die YouTube-Suche und dann werdet ihr das Ganze schon rausfinden. Ich wünsche euch viel Glück und bis zum nächsten Mal hier bei meapplecat. Macht's gut. Tschüss. Okay Leute, ihr wisst wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Smartphone, Tablets und Co. Ihr interessiert euch für iOS, Android und Windows Phone und wollt wissen wie ein Jailbreak funktioniert, wie ihr einen Root auf Android macht und was man dann mit den ganzen tollen Zydea Tweaks anstellen kann. Außerdem spielt ihr gerne und schaut euch gerne mal ein Unboxing an. Auch Tutorials und Anleitungen sind für euch interessant. Dann geht jetzt zu YouTube und abonniert MeAppleCat. Die Katze hat gesprochen. MeAppleCat. Auch bei Facebook, Twitter und Google+. Und bei www.meapplecat.gymdo.com Wir sehen uns. Raau!